Hallo liebe Facebook-Freunde, ich bin Christa Fritsche, die Sportleiterin vom Kartclub Kerpen. Ich möchte mich ganz doll bei euch bedanken, dass ihr uns so unterstützt bei dem Erhalt der Strecke hier in Kerpen-Mannheim. Hallo liebe Motorsportfreunde, wir melden uns hier von der Kartbahn in Kerpen und möchten uns für die tolle Unterstützung bedanken, für die Erhaltung der Kartbahn hier in Kerpen-Mannheim. Und es ist dann dazu gekommen, dass also alle mittlerweile wieder gesprächsbereit sind, der Bürgermeister und RWE. Wir haben in näherer Zukunft einen Termin, wo wir also nochmal unsere Lage vortragen werden und versuchen entweder einen neuen Standort zu finden oder diesen Standort am liebsten zu erhalten. Und dann werden wir euch wieder berichten, was letztendlich daraus geworden ist. Sollte es nicht positiv für uns ausgehen, brauchen wir wieder eure Unterstützung. Und dann werden wir die Reaktionen von den Seiten kommen und wollen sehen, wie es dann weitergeht. Dorothee Krauthausen, Leiter beim Bienenschule Kartklub Kerpen. Ich bedanke mich für die wahnsinnige Teilnahme. Vielen Dank. Hallo liebe Motorsportfreunde, mein Name ist Michael Zeiger. Ich bin seit zwölf Jahren der Finanzvorstand des Kartklub Kerpen und möchte im Namen des geschäftsführenden Vorstandes einmal Danke sagen für eure tatkräftige Unterstützung, die ihr uns bei Facebook habt zukommen lassen. Ich hätte nie gedacht, dass wir so einen starken Zuspruch bekommen. Nochmal vielen Dank dafür. Hallo, ich grüße euch. Ich bin Leo Stein, zweiter Vorsitzender hier im Kartklub Kerpen-Mannheim. Und ich möchte alle sehr herzlich danken für die Unterstützung über Facebook. Ich muss sagen, es ist sehr gut angekommen und wo alle Stimmen herkamen, Hut ab. Danke. Hallo, mein Name ist Andreas Dresen. Ich bin im Vorstand des Kartklub Kerpens. Ich möchte mich hier bei euch bedanken für die vielen Likes, die wir bekommen haben für den Erhalt der Kartbahn in Kerpen und natürlich für das Memorium. Guten Tag, ich bin der Josef Sonntag. Ich bin seit 40 Jahren im Klub und wir wollen diese Kartbahn erhalten. Dankeschön. Mein Name ist Tobias Müller. Ich wollte mich bedanken für die ganzen Likes auf Facebook für unseren Kartklub Kerpen. Mein Name ist Pascal Fritsche. Ich bin Mitglied hier im Kartklub Kerpen. Und ich bin total bewundert über die ganzen Likes, die wir bekommen haben auf Facebook. Dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Mein Name ist Stefan Mudersbach, ebenfalls Mitglied des Kartklub Kerpen-Mannheims. Und danke euch für die zahlreichen Facebook-Leaks. Hallo, ich bin Arthur und vielen Dank für die Unterstützung bei Facebook. Mein Name ist René Noack. Ich bin stellvertretender Bahnleiter und ich bedanke mich für eure tolle Unterstützung bei Facebook. Also mein Name ist Dieter Bringsken. Ich bin stellvertretender Sportleiter im Kartklub Kerpen und Rennleiter hier im Klub. Und bedanke mich für die große Unterstützung auf Facebook. Ich bin die Tina Mudersbach und stellvertretende Sportleiterin beim Kartklub Kerpen. Und ich danke euch ganz herzlich für die vielen Likes bei Facebook. Danke. Liebe Facebook-Freunde, im letzten Video haben wir euch um eure Unterstützung gebeten und unfassbar sensationell, was ihr geleistet habt. Über 9000 Likes und das Ergebnis ist, dass man widerspricht, dass man widerspricht, ob die Kartbahn vielleicht nicht hier bleiben kann an diesem Standort oder ob die Kartbahn vielleicht einen anderen Standort bekommt. Das ist alles euer Verdienst. Wir haben alle zusammengehalten. Ihr wart an unserer Seite. Dafür vielen lieben Dank von ganzem Herzen und wir halten euch auf dem Laufenden. Vielen Dank.